und damit willkommen zurück zu dem spiel was gerade nicht so richtig geht jetzt super hot wir waren bei den katana challenges und zwar die acht die aus irgendwelchen gründen 9 heißt ich habe ein katana hallo ja das war ja jetzt ja auch super leben der blut mit der strotflinte ist gefährlich ok recht jetzt ich dachte vielleicht kann ich noch nie aus tricks und dran kommen aber ich muss da das schwert eigentlich fast werfen ok ich war schneller ich bin reingelaufen ok also das ist aber machbar ja der hässler mir durch mein schwert gebacken ok so weit voraus denken tut er also ich hasse dass die so leicht vorziehen das macht es nicht einfacher hallo so das war schon mal das da ach gott dann ist aber auch nervig die challenge vielleicht machen wir es mal ein bisschen anders wo rennt denn der dude eigentlich hin hier komme ich nicht hin ok das war zu früh hallo ja ach komm das hat er gewusst es ist denn nur nicht richtig mit dem ersten ja jetzt schießt er da auch dahin jetzt muss er nachladen ja alter ok hier hinten rein ist erstmal ja nicht so die dumme idee ok ah nice wow die war gar nicht so einfach das war jetzt die acht ah daneben geworfen echt schade so ging es aber auch und dann die beiden noch zack zack hatte echt glück dass die war für die kugel geblockt hat sonst wäre es schon gewesen aber so ist mir das recht okay 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 ok da kommt einer mit dem baseball nein hallo was sie doing nein ach come on da kommt wieder instant schießt draus kann das ja immer entscheiden wo er sich gerade befindet der auch schon wieder man ist das nervig wo also hallo schießt ach komm wie viele kommen denn da ist jetzt echt mein katana der stört mich nicht so ok dafür habe ich aber jetzt zwei katanas der ist nach dahinten gegangen oder nein nein so ein guter run da war ich zu langsam hätte ich es nur geworfen hier hallo alter wo ok das andere katana steckt da hinten das war doch geil also das war das war meine coole mission das war meine brauchbare mission ja ja lief echt zeitweise nicht gut da musste ich nur deutschen aber gehört zu dem spiel dazu die schwerter taktisch vor platzieren naja die geschichte ja du darfst halt überhaupt nicht auf den zu laufen sonst schaffst du es nicht ok das ist ein arsch halt nicht in die richtung war richtig knapp weil ich halt so hallo hallo ach komm der schießt einfach die ganze zeit oder was sprich juge ja es so geht's hallo schnauze Wer hat sich das einfallen lassen? Mit diesem blöden Superhot am Ende. Bin ich hier schön ringsrum? Dann haben die dann beide getroffen. Das war Lack. Ich meine, wir hätten auch das Schwer zu schießen können. Hätte ich wieder Pech gehabt. Ah, Mann. Das wollte ich jetzt nicht. Hat er das jetzt echt nicht gespeichert? Oh, Nerv. Warum denn? Wo noch daneben geworfen, diesmal? Halt. Schaff ich nicht. Ja, war klar. Warum speichert der das nicht? Was soll denn die Scheiße? Lass ich die Kacke nochmal machen, ey. Ja, geh, geh. Hat er das echt nicht gespeichert? Ist der behindert? Oder habe ich jetzt einfach bloß eh nur zu weit unten? Personal Best? Achso. Wait for this one. Ich glaube, die entlocke ich nicht. Sonst wird immer da Beat Privacy one. Okay. Da muss ich warten, wie es aussieht. Killing Punches. No melee weapons. No probables. Okay. 11 und 25. Komisch. Gucken wir mal noch nach ein paar Punch-Levels. Ich will mal gucken, wenn ich schieße, ob es dann automatisch fällt. Und ich hatte ja eine Waffe. Ich durfte sogar zurückschießen. Super. Hm. Ah, nein. Weil ich da immer Escape drücke. Was soll denn das? Aber hat gezählt. Killing Punches. Play super hot. No melee weapons. No probables. Achso. Und Schläge töten. Das meinten die damit. Äh. Nö. Nicht andere Grafikeinstellungen? Kann das? Gesicht. Gesicht. Der ist down. Leicht andere Shilter. Ach, Mann. Dieses blöde Escape immer. Das hat sich jetzt richtig eingeschlichen. Das hat sich jetzt richtig eingeschlichen. Oh. Hä? Ne, irgendwie ist das normal. Weil normalerweise muss ich ja Escape drücken, um das Superhot abzubrechen. Okay. Ah, da hätte ich auch noch eine gelegen. Der interessiert mich erstmal nicht. Ah, Killing Punches. Ja, da gibt es halt hier keine Wiederholung, weil ich hier irgendwie nicht, geht nicht. Habe ich jetzt echt in seine Waffe. Ich erinnere mich, Killing Punches. Ich erinnere mich, dass die immer gleich schießend rauskommen. Wow. Oh. Sie sind vielleicht noch töten. Ich habe hier auch unten tatsächlich die Option nicht. Click to F5 to Adel. Hm. Ne, scheine ich echt nicht zu haben, hier das abzubrechen mit einem Replay und so. Ähm. Ach so, Jumpidibu. Ins Gesicht. Wo kamen jetzt die anderen? Okay. Diese einfach nicht vorhandenen Sheldereinstellungen. Okay. Das also auch noch. Ich erspare euch mal diese Superhot, Superhot. Hallo. Nice. Kommt da noch einer? Tatsächlich. Nein. Weg mit dir. Ja. Superhot, Superhot, Superhot. Click to hand over, a 5 to edit. Hm. Naja. Drücke ich halt F5, was soll's? Vielleicht habe ich ja vorher auch mal F5 drückt und habe es bloß nicht bemerkt. Haben wir das auch noch. Ja, kein P. Hier, tot. 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 Down. 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 Superhot. Bam, bam. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Die ganze Zeit. Alle down. Sehr gut. Super. Das war wie der Easy Mode. Keine Ahnung. Guck wie schnell ich da durchrase. Ich glaube, ich hänge dir einfach alle hier rein gleich. Au. Das wird nicht diese Mission. No probables. Ich erinnere mich. Hallo. Sie ist endlich, du. Was ist das? Hallo. No reloading either, oder was? Ich habe aber auch nichts anderes. Mann, immer dieses vorausgeplane. Ich habe hier nichts anderes. Ah, fuck das, weil da dann automatisch hinten rum geht. Okay, andere Variante. Ich habe es doch, achso, weil ich immer über den Tisch bin, sonst. Dieser muss er irgendwie nicht nachladen. Amen. Das ist sehr, ich habe hier ein neues Boden. gott sei dank alter das war jetzt ja nicht so einfach ja links rechts links rechts hier ewig getotcht und gebummelt ich glück habe dass er mich nicht getroffen hat was heißt glück alles gilt mission schon wieder mit einer schönen knarre nicht mit mir freundchen ich weiß wie er tickt noch frau wills muss der andere tut da ist so hallo ging doch noch das ging doch da war das mit der katana oder natürlich war das in katana deutlich schwieriger ach ja das ging ganz gut ich hätte den vermutlich auf mich zukommen lassen können weiß ich nicht hat funktioniert also was soll's eine machen wir noch aber das ist sowieso die hier wo es dann das letzte mal aufgehört hat ich habe super punches problem ist dass der ja schon der kommt ja schon schießend um die ecke hallo da hilft mir auch super punch ist nicht auch frau wills ist halt auch so ein bisschen das problem würde verkuriert einfach mal der ganze zeit den da weser schon wieder dass ich komme quer mal da rein gespratzt konnte ja gar nicht schief gehen so jetzt gucken wir mal was jetzt passiert gucken wir mal was passiert ja hier ein bisschen taktisches gepflänkel einfach rein gezimmert da hinten ok ich jetzt ja auch wieder vorbei hier gibt es noch mehr gut dann machen wir aber erst mal kleines päuschen jetzt gucke ich noch mal in die katana challenges da habe ich jetzt eins an personal best lockt welches ist das hier das ist jetzt die mission schon wieder ja finde ich stelle von 4 25 finde ich stelle von 25 aber hier habe ich jetzt noch oder ist das wieder nur dieser trail ich schaue mir das nächste folge an macht's gut bis dahin tschau